Hallo Freunde, frohe Weihnachten! Weihnachtszeit, wir sind bereit für die schöne Zeit. Jetzt ist es so weit, Weihnachtszeit. Alle sind da, festlich wunderbar, wir sind so dankbar. Weihnachtszeit, ein Traum wird wahr, alles ist so klar, einmal im Jahr. Weihnachtszeit, wir beisammen unter den Tannen im Zauber gefangen. Weihnachtszeit, Schokolade, wollen wir mampfen, bis wir aufstampfen. Weihnachtszeit, Engelein kommen, baden in Wunden. Weihnachtszeit, Schneeflocken fallen, sie Eiskristallen. Weihnachtszeit, ist lecker braten, kannst kaum erwarten, im Wintergarten. Weihnachtszeit, lasst uns singen, Glöckchen erklingen, alle mit Schwingen. Weihnachtszeit, habt kaum geschlafen, kannst nicht erwarten, Geschenke aufzuwarten. Weihnachtszeit, Friede macht sich breit, die Pärchenzeit ist wieder soweit. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, soll kommen Frieden, alle sich lieben. Weihnachtszeit, Weihnachtsmann bereit, in Tiere bereit. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, ich bin hier, du bist hier. Weihnachtszeit, muss ich sagen, sollt euch nicht beklagen, wüsst etwas wagen. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, passet euren Mut, alles wird wieder gut, entfachet eure Not. Weihnachtszeit, beendet bald ein Jahr und dann ist es ganz klar, reden wird wahr. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, kommt nun zusammen, alle beisammen, in unserer Stube. Weihnachtszeit, nun geht es los, weiern wir Weihnachtszeit. Weihnachtszeit, nun geht es los, weiern wir Weihnachtszeit. Beste Grüße für alle. umbau Ich mach mich! M 갑 simpleens! Ich mach bitte mal, nein. Ey, was ist das? Ich lobe dir nicht. Alter, werd ich gerade schon wieder gefilmt? Soll ich euch mal filmen, wenn ihr euch putzt? Ja, das geht ja ja nicht. Ich muss wohl mal die alte Hacker rausholen oder so. Und euch beibringen, was Privatsphäre ist oder was. Also, das ist ja unglaublich. Also, ich sag euch, wenn es so weitergeht, dann äh, äh, dann... Fatschi! Du sollst doch die Preise nennen. Mensch, und die Aufgaben. Stimmt's, Hasi? Ja, das ist wohl wahr. Genau! Wattes, wer möcht du denn? Fatschi! Und das da ist... Hasi! Ne, das ist mir auch glatte, wenn ihr seid. Fatschi! Jetzt mach einfach mal! Lies, was auf der Liste steht. Alter! Geht mir auf die Krone und jubeln! Wirklich! Was denn für ne Liste, hä? Was denn für ne Liste? Was denn für ne Liste? Na, die da unten! Was? Da unten? Was das denn für ne Liste? Jetzt muss ich erst mal kicken! Ähm, ähm... Nun, fang schon an! Ja, ja, ist ja gut! Also, ich soll euch sagen, am heutigen Tag gibt es folgende Preise zu gewinnen. Ähm, Paket 1. Ein Sherlock Holmes-Movie mit Robert Downey Jr. Eine DVD. Äh, Kakuma to Love Song Band 1. Honey Blood Band 1. Äh, Paket 2. Äh, Trifters Band 1. Pirates of the Caribbean am Ende der Welt. Ist ne DVD, soweit ich das sehe. Äh, ne One Piece Tasse und T-Shirt von One Piece. Ja. Und Paket Nummer 3. Äh, Animal Crossing Wild World für den Nintendo DS. Und eine Funko Pop Figur, äh, Winter Soldier. Ja. Außerdem gibt es 6 x 250 Karotaler und 2 x 285 Karotaler zu gewinnen. Und außerdem haben wir noch die Item-Pakete. Ay, Haibara, Barnaby, Brooks Jr., Dylan Dow, Laterne, Magische Zutat, Geschenke, Gutschein, Fräckchen, Sandwich. Also, das war Item-Paket Nummer 1. Item-Paket Nummer 2. Ist Hühner, Stein, Pfeil, Lluvia, Loxa oder so. Früchtetee, Blockflöte, Anti-Hate, äh, und Gute-Nacht-Kuss und ein Sündenbock. Und Item-Paket 3. Ist Mystique, Nagato, Soziopath, Hayi. Immer während des Einwegtaschenbuch, Ausnahme-Zumstand, Schlitten und ein kleiner Toaster. Warte. Das verschenkt ihr alles? Jaaa, genau. Mann, seid ihr blöd. Ich würd das ja alles auf Ebay einstellen und verkaufen. Und dann hab ich ihr noch Geld für den schicken Abend mit 2 hübschen Damen an meiner Seite und ein bisschen Waschi. Aus. Pfui. Bin ich ne Katze oder wat? Lasst die Leute wenigstens wat dafür tun. Noch eine Aufgabe? Oder mehrere Aufgaben? Na, für gesponsorte Preise sollten die sich schon in ab Mühe geben. Genau. Wer eines der tollen Sachpreispakete haben will, muss unser Liedchen singen. Wir veröffentlichen die eingesendeten Lieder nicht. Keine Panik. Wat? Wie blöd. Ich dachte ich kann mir Esels früchte sehen lachen. Hehehe. Hehehe. Aber wenn ihr gepostet werden wollt, ist das auch okay. Downloadlink steht in der Beschreibung. Zeit habt ihr bis zum 27.12. Für eines der Karotaler-Pakete müsst ihr rübschen. Was? Was? Keine Jokeidee? Nein, natürlich nicht. Derjenige muss eine Bildcollage aus 4 Fotos zum Thema Heiligenabend, Familie und Futter erstellen. Verboten sind. Verboten sind Fotos von getragenen Hasen. Getragener Hase? Nee. Hey Mannu! Und für eines der 3 Itempakete müsst ihr fröhlichen Weihnachtsgruß in den Bettlocheintrag vom Türchen stellen. Das Ganze bis heute Abend um 21.59 und 59 Sekunden. Also, was das Kommentar und die Collage angeht. Den Gesang, wie gesagt, bis zum 27.12. um 12 Uhr mittags. Außerdem bedanken wir uns natürlich nochmal herzlich bei allen Sponsoren. Dann eine anonyme Spende. Dann eine anonyme Spende. zd4 discussions mami cham die aquest Sinoj, Scaliotori, Pinsaifon, Hannibal, Tsukasa! Uh, diesmal richtig gesagt! Juhu! Sarkani, Wiz, Schauto, Baleo, Unespa und Merkul! Dankeschön! Dankeschön! Hey, und was ist mit mir? Ja, ruhig aus! Mann, Mann! Ja, von mir kam auch ordentlich was! Aber ruhig! Alle anderen sind viel wichtiger! Die müssen wir unbedingt erwähnen! Ähm, also wieder ein herzliches Dankeschön an Tim Schulz von Beckham für die tolle Musik! Wir mögen die sehr! Beckham? Ah, da denk ich an Speck mit Eier und Würstchen! Jetzt hab ich Hunger! Tschö! Ne, ne, ne! Ne, 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 ne! Warte, ich hab auch Hunger! Aber auf Klösser und Rotkohl! Ne, 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 ne! Ey, weh, ihr fasst die Hände ohne mich an! Ah, bevor ich es vergesse! Kageyama Tobio! Ich bin schüchtern! Merkt ihr das? Na? Hey, das sind meine Plätzchen! Ihr, ihr, ihr seid doch gemein! Ne, 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 ne! Nya, nya! Nya, nya! Nya, nya! 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 Ne! Nya! Amen.